Hallo und willkommen bei Hardware Rat. In diesem Video das Update des 1300 Euro Gaming Computers November 2016. Als Prozessor der Intel Core i7 6700K mit 4x4,0 Gigahertz. Er hat einen Toho-Takt von 4,2 Gigahertz, 91W TDP, eine integrierte Grafikeinheit, er hat Hyper-Threading, das deutet jeder Kern hat zwei Threads, also ein theoretischer Achtkerner und hat einen KM-Namen, was heißt er hat einen freien Multiplikator, also freies Übertakten. Er reicht natürlich für alle derzeitigen Games ohne Probleme aus und sollte für Gamer die nächsten 3-5 Jahre locker ausreichen, falls er denn mal so schwach wird, kann man ihn ja übertakten. Dann als CPU-Kühler der Alpenfön Brocken 2, es ist ein großer und starker CPU-Kühler und mit ihm kann man den Prozessor leise übertakten. Außerdem stößt der Kühler nicht an den Arbeitsspeicher, wodurch es egal ist, wie hoch der RAM ist. Und als Mainboard das ASRock Z170 Pro 4 mit dem Intel Z170 Chipsatz, Es hat zehn gekühlte CPU-Phasen, was gut zum Übertakten ist, USB 3, SATA 3, vier DDR4-RAM-Bänke, Pisa Express 3.0, ein M.2-Slot, SATA Express, ein 7.1-Soundchip und am IO-Panel einmal PS2, sechsmal USB 3, D4 und HDMI, vierte integrierte Grafikeinheit des Prozessors, eine LAN-Buchse und sechs 3,5mm Klinken für den Soundchip. Als Arbeitsspeicher 16GB G-Skill Rip Jaws 5, DDR4-3000 und CL-15 sind sehr schnell, es ist ein Dual-Kit, was heißt man kann ihn im Dual-Gel-Modus betreiben, und 16GB sind für Gamer die nächsten paar Jahre auf jeden Fall genug. Man kann natürlich jederzeit auf 32GB aufrüsten, aber solange der Prozessor gut genug zum Spielen ist, braucht man das wahrscheinlich nicht. Als SSD die 250GB SK-Henix Canvas SL301, es ist eine schnelle SSD und 250GB reichen in der Regel aus für das Betriebssystem, alle Programme und ein oder zwei Spiele. Als Festplatte eine 1TB von Toshiba, sie gehört mit 7200 Umdrehungen und 3,5 Zoll zu den schnellsten Desktop-Festplatten und 1TB sind für die meisten unter euch locker ausreichen. Und als Grafikkarte eine 8GB Inno 3D GTX 1070, es ist eine stark übertaktete GTX 1070, trotzdem wird sie dank ihrem großen Kühler nicht allzu laut. Mit ihr sollte man dann die meisten derzeitigen Spiele auf den höchsten Einstellungen flüssig spielen können. Als Netzteil das 500W Be Quiet Straight Power E10, es hat 80 plus Gold, was energiesparend ist, es hat Kabelmanagement, was heißt man kann die Kabel abnehmen, die man nicht braucht, und 500W sind für den PC mehr als genug. Dann noch ein Standard-DVD-Brenner und als Gehäuse das Fractal Core 3300, es ist ein schlichtes Gehäuse mit richtig viel Platz für Komponenten, außerdem sind zwei Lüfter bereits vorinstalliert, aber natürlich könnt ihr selber entscheiden, welches Gehäuse ihr nehmen wollt. Das war's dann aber auch mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Falls die Zusammenstellung älter als zwei Monate ist, bitte in die Beschreibung schauen, dort auf den jeweiligen Link klicken, dieser würde ich immer zur neuesten Version. Dann bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.